Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video habe ich ein ganz besonderes Parfum für euch. Insgesamt habe ich tatsächlich drei Parfums für euch, über die ich sprechen möchte, und zwar von der Marke Ensa Oud, die ja viele von euch schon kennen, weil ich schon eine ganze Weile über Ensa Oud spreche. Ich bin nämlich persönlich ein riesiger Fan von natürlichem Oud-Holz, von natürlichen Oud-Destillaten, von natürlichen Inhaltsstoffen und die Düfte, die Ensa Oud herstellt, haben einfach meiner Ansicht nach so die beste Qualität, was die Inhaltsstoffe angeht, von allem, was es aktuell auf dem Markt zu kaufen gibt. Und das sage ich wirklich völlig voruneingenommen, weil ich nämlich Ensa schon einige Jahre kenne und da bestimmt schon mehrere tausend Euro sind es, die ich da an Geld gelassen habe mit verschiedenen Düften. Unter anderem übrigens auch mit meiner Maßanfertigung, die so für zweieinhalb, dreitausend Euro über die Ladentheke gegangen ist, was für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Erfahrung war. Ja und jetzt gibt es eben neue Düfte von Ensa und zwar aus der sogenannten Woke Morisco Kollektion. Ihr seht schon, dass das Ganze sehr anders aufgemacht ist. Wenn ihr die Marke kennt, wisst ihr, dass der normalerweise sehr reduziert ist mit Leder, Etui und sowas allem und das hier ist jetzt wirklich ein bisschen mehr so fancy. Und insgesamt gibt es drei Düfte, die auf sehr lustige Namen hören und zwar einmal den Moshpit Pavarotti, einmal den Albanian Van Gogh, das ist die Geschichte, die ich hier habe, und einmal den Musk Morisco. Und ich möchte euch gerne heute alle drei Düfte einmal vorstellen und einer von denen hat angeblich sehr starke Parallelen zu einem Erba Pura von Xerjoff, nur mit einer deutlichen Ud-Note. Also könnte sich hier vielleicht ein Ultra-Luxus-Duft so nach Xerjoff-Richtung verbergen, ja. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze riecht. Ich habe ihn natürlich gestern schon getragen und werde euch heute gerne meine Eindrücke dazu vermitteln. Eine Sache habe ich übrigens noch für euch, denn ihr habt außerdem jetzt die Chance, über meinen Code in der Beschreibung 10% bei NHAU zu sparen, was für mich ein Riesending ist, dass da jetzt mal sowas passiert. Wir planen auch tatsächlich noch weitere Projekte. Was das genau sein wird, werde ich euch dann an der entsprechenden Stelle noch verraten. Aber wenn ihr Neukunde seid, spart ihr 10% und wenn ihr Bestandskunde seid, spart ihr 5% mit meinem Link, der in der Beschreibung drin steht. Also schaut da doch gerne mal vorbei. Gut, ich möchte erst noch ein bisschen was zur Verpackung sagen, ja, weil ich das nämlich ganz witzig finde, dass da bei jeder Bestellung drei so witzige Bilder bei sind. Und zwar einmal Musk Morisco. Das ist noch, finde ich, relativ unscheinbar. Dann haben wir aber den Moshpit Pavarotti. Und dann haben wir zu guter Letzt natürlich auch noch den Albanian Van Gogh. Ich weiß nie, wie die auf diese Dinge kommen, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ganz lustig, dass man diese Sachen noch mit dazu bekommt. Und wer weiß, vielleicht hänge ich mir die ja hier irgendwo auf. Ansonsten ist die Umverpackung, wie gesagt, relativ simplistisch gehalten, mit diesem schönen Bild vorne drauf. Und du hast dann eben diese typische Ensa-Ut-Verpackung mit dem Logo. Und da drin ist dann eben der Flakon, ja. Die Frage ist jetzt natürlich auch noch, diese Düfte hier gehen alle für 30 Milliliter, die 399 US-Dollar über die Ladentheke. Wie gesagt, mit meinem Code gibt es ein bisschen Rabatt. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist denn der Lachs so teuer, ja. Und der Grund ist ganz einfach, dass in diesen Düften ein sehr hoher Bestandteil natürlicher Inhaltsstoffe verwendet wird. Ensa-Ut macht sehr, sehr hochqualitative Sachen und ballert da sehr seltene Ud-Öle rein, ballert da teilweise natürlichen Moschus, natürlichen Ambergris rein. Und das ist natürlich etwas, was seinen Preis hat, weil die Inhaltsstoffe an sich auf jeden Fall sehr hochqualitativ sind. Und ich finde, das riecht man auch raus, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt. Und tatsächlich ist das hier der einsteigerfreundlichste Duft. Also den mache ich als letztes. Ich möchte aber erstmal über die anderen beiden sprechen, die ich tatsächlich als Sample mit dazu bekommen habe. Nur, dass ihr schon mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was ich mit natürlichen Inhaltsstoffen meine. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der Saft da drin ist auf jeden Fall schwarz. Und das sagt schon sehr, sehr viel darüber aus, welche Ud-Distillate hier mit drin sind. Denn es sind teilweise Vintage-Öle, die man heutzutage auch gar nicht mehr so bekommen kann. Und da ich jetzt den Moshpil-Babarotti auch direkt schon an der Hand habe, natürlich alles extra de parfum, möchte ich hier gerne mal ein bisschen drüber sprechen. Im Grunde genommen habt ihr hier einen Duft. Ich meine, ihr seht das auch hier auf dem Teststreifen, der mit sehr, sehr viel natürlichem Ud arbeitet. Ich würde auch sagen, wenn man die Marke schon kennt und du weißt, dass da teilweise Düfte unterwegs sind, die sehr, sehr Ud-heavy sind, also sehr viel Ud drin haben, also die sind sehr rauchig, die haben eine grüne Note teilweise mit drin. Wenn du die Marke kennst, dann werden dir so Sachen wie Aroha Kyaku was sagen oder vielleicht auch der Chinese Exclusive oder der Chinese Ud. Das sind alles Releases von Ensa, die sehr dunkel, sehr rauchig sind. Deshalb haben wir bei Moshpil-Babarotti übrigens aktuell eine Bewertung von 8,1 auf Parfum und mit einer Haltbarkeit von 9,4 und das Diage von 8,5, was ich so definitiv auch bestätigen kann, haben wir eben drei verschiedene Sorten Ud hier erstmal, nämlich kambodschanisches, indonesisches und Papua Ud. Dann haben wir Tabak, Eichenholz, schwarzen Tee, Feige, schwarzer Pfeffer. Und ihr merkt, das sind alles sehr dunkle Duftnoten. Und ich würde sagen, das hier ist wirklich so der reinste Udduft. Also es ist wirklich einfach ein reiner Udduft mit Tabak, mit grünen Noten und mit so einem richtig rauchigen, ledrigen Teil einfach, ja. Und ich finde es sehr schön, weil ich hatte vor Ewigkeiten mal ein Öl von Ensa, was in diese Richtung ging. Wie gesagt, Aroha Kiyaku hieß das und das war halt so ein richtig rauchiges, ledriges Teil. Und ich fand das richtig nice. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sowas hier wieder zurückkommt. Und für mich ist es tatsächlich einer der schönsten, weil er einfach diesen natürlichen Rohstoff nimmt und da eben so einen Akkord drum herum baut. Aber ohne das Ganze jetzt irgendwie mit Synthetik und etlichen Duftölen dann auch irgendwie so zu überlagern, sondern das ist jetzt wirklich so der reine Stuff, ja. Und das finde ich persönlich ganz cool. Deshalb, vielleicht habt ihr auch die Chance, dass ihr ein Sample davon mal bekommt. Dann wisst ihr definitiv, was ich meine, ja. Der nächste Duft, den ich hier habe, ist dann der Musk Morisco. Der geht in eine komplett andere Richtung. Das ist nämlich ein Duft mit Honig, Zimt, Sandelholz, Moschus, Kamille, Jasmin, Bienenwack. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das hier in erster Linie ein Zimt, Sandelholz, Honigduft ist. Mit so ein bisschen einer Kamille-Jasmin-Touch. Also du hast leichte florale Noten, die da mit reinkommen. Aber im Grunde genommen ist es ein cremiges Sandelholz mit Honig, mit Zimt. Also eine gewisse Würze ist dabei. Und ich würde auch sagen, dass das hier fast schon so einer der westlichsten Düfte ist, die ich jemals von Enza gerochen habe. Also der ist wirklich sehr sanft, sehr cremig, sehr elegant. Und ich finde den sehr, sehr schön, ja. Ich muss sagen, ich finde die Haltbarkeit auch ganz gut. Die ist bei Parfumo nicht so gut angegeben. Aber ich finde den wirklich, der hat eine schöne, subtile Note. Und natürlich auch diesen natürlichen Moschus, der da mit hervorkommt, der so eine gewisse natürliche Eleganz verleiht. Und diesen schönen Puder und diesen hautähnlichen Akkord, den Moschus eben häufig gibt. Also es ist ein sehr warmer Duft, ein sehr natürlicher, riechender Duft. Und einfach auch schmiegt sich super krass an und ist sehr, sehr anschmiegsam und schön und elegant, ja. Und deshalb, mir fällt auch gerade kein wirklicher Vergleich ein. Man könnte höchstens sagen, dass der so ein bisschen was von einem Chinese Oud von Ariche Le Doree hat, falls ihr den kennt. Ja, den haben ja auch einige von euch getestet. Oder so diese typischen Ariche Le Doree Moschus Düfte. Allerdings ohne diesen super starken Puder, der bei Ariche Le Doree immer mit drin ist. Dieser Plätzchenteig, wie ich das nenne. Das ist hier nicht so stark, sondern ist eher so ein fruchtiger, fruchtiger, eleganter Moschus Duft, ja. Finde ich persönlich auch sehr schön. Aber natürlich ist der Duft, auf den ich mich am meisten gefreut habe, tatsächlich der Albanian Van Gogh. Denn da hieß es vorher schon, dass der riechen soll wie der Erba Pura, nur halt eben mit Oud und Sandelholz. Und ich habe den Duft tatsächlich gestern erst ausführlich getragen und kann euch deshalb ein bisschen was dazu verraten. Der Duft sieht so aus, ja. Also hat so diesen Van Gogh da vorne drauf und den Namen der Kollektion. Und ist tatsächlich, finde ich schon mal, ein Duft, der sehr fruchtig startet. Ja, also wie gesagt, hier eben mit natürlichen Ingredienzien, ja. Und mit auch einer Menge Sandelholz rieche ich da raus. Wir haben hier an den Duftnoten Georgische Rose, Ananas, Bitterorange, Rote Mandarine, Amber, Iris, Butter und Moschus. Das ist aber mit Sicherheit nicht alles, was da drin ist, sondern mit Sicherheit ist da auch natürliches Ud drin. Mit Sicherheit ist da auch Sandelholz drin. Denn das rieche ich zumindest hier sehr, sehr stark raus. Und es ist nicht so dieser typische, nicht so dieser typische Erba Pura Duft, ja. Der ja wirklich sehr, fast schon synthetisch ist und die Duftnoten sehr gerade und genau zeichnet. Sondern du merkst hier bei diesem Duft, dass das wirklich eine natürliche Ananas ist, die man da riecht, ja. Das hat nichts von diesem Erba Pura Ananas Vibe oder diesem Erba Pura Fruchtigen, diese fruchtige, pudrige Moschussüße, sondern es ist tatsächlich so, als würdest du an so einer frisch geschnittenen Ananas riechen, die vielleicht auch schon ein bisschen zu reif ist. Kennt ihr das, wenn die Ananas schon so ein bisschen braun wird? Dann hat die fast schon so einen leicht gärigen Duft teilweise, ja. Also sie wird dann sehr dunkel und so. Und das ist eben genau das, was ich hier raus rieche, ja. Also man erkennt definitiv die Parallelen zu Xerjoff. Ich denke auch, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, wird man da, denke ich, mehr Parallelen rausriechen, als wenn man schon ein bisschen was gerochen hat, ja. Aber ich kann sagen, für mich ist das eine sehr, sehr natürliche Ananas. Es ist eine sehr natürliche Fruchtsüße. Und dann hast du eben das gepaart mit einem sehr deutlichen Sandelholz, wie ich finde. Also ich finde tatsächlich fast schon, dass es im Drydown ein Sandelholz dominierter Duft wird. Also ähnlich wie zum Beispiel der Atelier Materie Santal Blanc, ja, der wirklich ein sehr starker, starker Sandelholzduft ist. Aber auch hier, ne. Hier hast du wieder eine sehr seifig, fast schon synthetische Note dabei, während es hier wirklich dieses dunkle, dunkle, cremige, würzige Sandelholz ist in seiner Reihenform, ja. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das Ganze wird dann kontrastiert mit so einer leicht bitteren Mandarine, würde ich sagen. Also Mandarinen-Schale und mit einer super schönen Rose, ja. Also Georgische Rose hat einfach so einen gewissen, ja, so einen gewissen grünen Charakter an sich, wie ich finde. Wenn man mal das natürliche Öl gerochen hat von Georgischer Rose, Bulgarischer Rose, die unterscheiden sich ja alle sehr deutlich ineinander, wie sie riechen. Und hier ist es eben eine sehr dunkle, saftige und leicht grüne Rose, die hier mit rauskommt. Und im Drydown dann, wie gesagt, deutliches Sandelholz, ne. Also der Duft, finde ich auch, startet sehr, sehr untypisch für Ensa, nämlich sehr fruchtig. Das kennt man normalerweise sonst nicht von dem. Und ich finde, dass er handwerklich sehr, sehr gut gemacht ist und wirklich auch mal eine neue Seite noch zu dem Haus dazu bringt, die ja sonst eher so für diese Moshpit-Paparottis bekannt sind, die halt eben sehr rauchig und sehr dunkel sind. Deshalb eben sehr untypisch. Und ich denke, für alle, die das Haus gut finden, die sich vielleicht ein bisschen was westlicheres wünschen, ein bisschen was fruchtigeres, ist dieser Duft hier definitiv eine gute Idee. Und wie gesagt, das Hauptargument ist bei dem Haus halt einfach die Qualität der Inhaltsstoffe. Ihr könnt euch auch gerne mal, wenn ihr die Chance habt, ein Sample von Ensa Ud Nummer 3 bestellen, also EU Nummer 3. Vielleicht verlinke ich das einfach in der Beschreibung. Das ist ein Rose-Ud-Duft, den ihr auf dieser Qualitätsstufe mit Sicherheit noch nie gerochen habt. Also wenn ihr schon viel Rose-Ud probiert habt und ihr möchtet einfach mal den Versuch eingehen, ja, bestellt euch das Sample und testet das mal und dann werdet ihr sehen, wo die Unterschiede liegen zu so einem typischen Rose-Ud-Duft. Das ist, denke ich, so der beste Vergleich. Aber ja, im Grunde genommen finde ich die Kollektion sehr spannend. Ich finde den Preispunkt spannend, weil es nämlich günstiger losgeht als bei den anderen Ensa Ud-Düften. Das dürfte also deshalb für einige spannend sein, die sich vorher noch nicht so mit der Marke auseinandergesetzt haben. Und einfach auch die Duft-DNA, die jetzt mehr in so eine westliche Richtung geht, finde ich ganz gut. Es ist jetzt aber, wenn man schon ein bisschen was gerochen hat, würde ich sagen, dann ist es jetzt nicht so, als wäre das ein Erba purer, einfach nur ein Teuer, wie das zum Beispiel bei dem Purple Accento der Fall ist. Ja, weil da waren die Duft-DNAs ja wirklich vergleichbar. Hier merkt man schon, das ist einfach in natürlich, das ist mit natürlichen Inhaltsstoffen mehr und du hast einfach deshalb auch mehr Komplexität und ich meine, natürlich ist Ananasöl oder Ananas extrahiert, riecht einfach anders wie das, was du normalerweise in diesen mainstreamigeren Häusern findest. Ja, das ist einfach so. Und dieser natürliche Inhaltsstoff hat eben auch einige dunkle Seiten, die man jetzt so nicht in normalen Parfums findet und Ensa nimmt das einfach und baut da drum herum was und das finde ich persönlich eine sehr coole Geschichte. Wie gesagt, Leute, wenn ihr das Haus mal abchecken wollt, ich setze euch gerne den Link in die Beschreibung rein. Für mich persönlich ist es einfach auch ein Herzensprojekt, weil ich da schon als Kunde sehr, sehr viel, ohne da jemals irgendwie so eine Business-Beziehung hinzuhaben und wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit bekomme, mit denen was zu machen, ist ja auch völlig klar, dass ich dem Ganzen dann auch ein bisschen Raum auf diesem Channel hier einräume. Jetzt meine Frage war natürlich, hast du Ensa Ud schon getestet? Bin ich persönlich sehr gespannt drauf. Würdest du so viel Geld für einen Duft ausgeben? Wenn der natürliche Inhaltsstoffe enthält, schreib mir das gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt auf deinen Input und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.